hallo meine lieben wir sind wieder am spielbrett und das bedeutet wir schauen was ihr wolltet gab ganz kurz ein bisschen diskussion zurück zu gelb oder blau die diskussion ging kurz war sehr entscheidend und somit gab es blau wo wieder ein paar blümchenwagen ist ja jetzt auch im frühling sehr passend da blüht es jetzt ja überall mehr sachen gedeihen das ist sehr schön ist mehr draußen und dann geht das kleine hasenküppel hier weiter ihr bekommt ein kleines blaues ei in den leicht überfüllten wagen irgendwie und jetzt ist der weg ein theoretisch sehr einfach denn entweder ginge dir zurück werde aber einmal stop oder halt blau also wähle ich euch natürlich bei blau aber stop hört euch erst mal die geschichte an und dann sehen wir uns gleich noch mal am spielbrett das kleine hasenküken eine überraschende einladung beschwingt und guter dinge zog das kleine hasenküken den orangenen wollerwagen weiter durch das labyrinth hier und da verweilte es ein wenig um an ein paar blümchen zu schnuppern oder sich zu orientieren es fiel schwer darauf zu vertrauen dass dieser weg nun der richtige war und immer wieder fragte sich das kleine hasenküken wie wohl der große mümler und die verstecker darauf reagieren würden wenn es irgendwann am großen osterhasenhaus ankommen würde wie musste man sich das osterhasenhaus überhaupt vorstellen tief in gedanken versungen merkte das kleine hasenküken gar nicht dass es immer mehr süßlich duftende blumen auf dem weg gab die sinne wurden immer vernebelter und die augen wurden schwer das kichern von den zwei blauen schmetterlingen wurde intensiver und weiteres gekichern mischte sich hinzu ebenso wie das sanfte klingeln winziger glöckchen allmählich fiel es dem kleinen hasenküken schwer einen schritt vor den anderen zu setzen und den orangenen bollerwagen zu ziehen gar nicht so weit entfernt klang es so als würde ein winziges orchester auf geigen und harfen aufspielen was ist hier los murmelte das kleine hasenküken ganz benommen frühlingsfest der schmetterlinge kam es kichern von allen seiten davon hatte das kleine hasenküken noch nie gehört aber es klang spaßig verweile ein wenig bei uns flötete eine zarte stimme es soll dein schaden nicht sein mit müden augen folgte das kleine hasenküken den herumschwirrenden schmetterlingen welche immer mehr wurden und um sich herum glitzernden bollen staub in die luft warfen manche schwirrten direkt auf eine der hecken des labyrinths zu und verschwanden dort im geäst wenn sich das kleine hasenküken nicht täuschte dann kam von genau dort die wunderschöne musik sie zog in den bann und lud direkt dazu ein mit den füßen wiffen zu wollen und vielleicht das tanzbein zu schwingen nur zu gerne wollte es sehen wie das frühlingsfest der schmetterlinge aussah daran teilnehmen die zeit vergessen und einfach etwas spaß haben daran konnte doch nichts verkehrt sein und sie sagten doch auch dass es keinen schaden bringen würde wie nur sollte sich das kleine hasenküken entscheiden die verlockung und die neugier waren groß und obendrein knurrte leicht der magen auf einem fest gab es doch gewiss auch etwas zu essen und da sind wir schon wieder ich hoffe ihr habt aufmerksam zugehört was in der kleinen geschichte vom hasenküken passiert ist und somit habt ihr jetzt doch überraschender weise wieder eine auswahl ihr könnt ganz einfach auf blau gehen und eine harten geschichte bekommen oder aber ihr folgt den schmetterlingen zum frühlingsfest was das bedeutet werdet ihr sehen wenn ihr euch traut denen zu folgen wenn ihr euch nicht traut ist auch in ordnung ihr könnt einfach auf blau gehen das unterspricht nichts dagegen aber ihr könntet auch auf das frühlingsfest gehen eure entscheidung schreibt es wie üblich bis 18 uhr unten in die kommentare und ich bin sehr gespannt hallo Moki hahaha hallo Moki